FZI. Es gibt immer eine Überraschung. Wie ist das Arbeitsklima am FZI? Ja, das Arbeitsklima ist einfach toll. Nette Kollegen, ja, ganz offene und schöne Atmosphäre. Wie hast du das erste Mal vom FZI gehört? Ja, das erste Mal vom FZI gehört habe ich durch eine ehemalige Kollegin und Freundin und die hat mich letztes Jahr zum Open House 2016 mitgenommen. Wie oft bist du schon im Karohemd ans FZI gekommen? Noch nie, denn ich habe kein Karohemd. Was ist deine Aufgabe? Ja, meine Aufgabe ist es in der Abteilung CCM für die Bewegtbildkommunikation und den Social Media Bereich zu sorgen und ja, mich um die Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. Wie kann man dir deinen Arbeitstag versüßen? Da ich keine Süße bin, freue ich mich immer über Fleisch in allen Varianten und Tabasco. Wie viele Krümel sind in deiner Tastatur? Ja, also ich bin jetzt knapp ein Jahr hier und da ich sehr gerne und oft am Arbeitsplatz mal was esse, ist schon der ein oder andere Krümel reingeplumpst, aber ich versuche das regelmäßig sauber zu machen. Warum stehst du morgens gerne auf und gehst zur Arbeit? Ja, weil das Arbeiten am FZI einfach toll ist. Ja, es passiert jeden Tag was Neues. Langweilig wird es definitiv nie und ja, es ist einfach ein schönes Arbeitsklima hier. Bin gerne hier. Was macht dein Büro zu deinem Büro? Ja, vor allen Dingen meine netten Kolleginnen, die ja mich hier...